Ihr Lieben, hier ist Trains & Play. Ich begrüße euch nochmal zu einem kleinen Informationsvideo zum TSW3. Nämlich nach den letzten beiden Videos zum TSW3 gab es dann die ein oder anderen Fragen bezüglich der Preise, bezüglich der einzelnen Pakete, der Bundles, die man für den TSW3 kaufen kann. Daher dachte ich, mache ich nochmal ein kleines Infovideo dazu, wie das Ganze funktioniert, welche Pakete man sich wie kaufen kann, was man da so für Möglichkeiten hat. Also eins vorab, alles was ich hier erzähle gilt gleichermaßen für den PC, also Steam und Epic, wie auch für Playstation und Xbox, auch wenn es aktuell so ein paar Vorbestellerprobleme bei der Xbox geht, aber das mal vernachlässigt, gilt das praktisch für alle, was ich jetzt hier sage. Also, wir fangen mal hier bei dieser Abbildung, die ich euch zeige, ganz links an, bei der Deluxe Edition. Bei der Deluxe Edition zahlt man 59,99 Euro und bekommt dabei als Strecken die drei neuen Strecken, nämlich Cajon Pans, Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg und South Eastern High Speed. Dann kriegt man zusätzlich auch noch Spirit of Steam und das Training Center. Das Training Center ist immer überall mit dabei, aber es ist halt auch in diesem Sinne eine neue Strecke, meiner Meinung nach. Deshalb kann man das auch durchaus einfach mal hier mit aufführen. So, genau, also bei der Deluxe Edition ist halt eben der Unterschied, da ist Spirit of Steam hier vorne mit dabei. Lohnt sich also für diejenigen, die vor allen Dingen ganz neu im TSW sind, also die vielleicht vorher noch gar nicht TSW gespielt haben, lohnt sich halt vor allen Dingen für all jene, die eben Interesse haben an allen drei Strecken, plus an Spirit of Steam, weil sie das bisher noch nicht gekauft haben. Denn es ist nämlich so, alle DLCs, die man für den TSW 2 besaß, die kann man auch im TSW 3 spielen. Heißt also, man muss nichts nochmal doppelt kaufen. So, was es auch bei der Deluxe Edition gibt, ist der Pre-Order-Bonus. Der Pre-Order-Bonus bedeutet, dass man vier Tage vorher schon den Early Access hat, also am 2.9., wenn ich das richtig im Kopf habe. Und es gibt noch so ein Decal-Pack für den Livery Designer. Ich glaube, das Decal-Pack ist jetzt nicht das beste auf der Welt, also ich glaube, das kann einem auch ziemlich egal sein, aber vor allen Dingen der Early Access mit dem Deluxe Pack und es gibt sogar einen 10% Rabatt, wenn man das Ganze vorab bestellt. Also statt 59,99 zahlt man dann ein paar Euro weniger. So, das ist die Deluxe Edition. Dann ist es aber so, dass man auch die Standard-Edition kauft, wo dann einfach nur Spirit of Steam nicht mehr mit dabei ist, aber ansonsten sind da alle drei Strecken mit dabei. Okay, kostet 44,99 Euro und da hat man nämlich auch den Pre-Order-Bonus, also sprich den Early Access. Ich muss mal einmal einen Schluck Kaffee nehmen, dann spreche ich weiter. Okay, dann ist das so, dass vielleicht viele von euch gar nicht so viel Interesse haben an die US-amerikanische Strecke und an South East, dann High Speed, sondern ihr wollt nur Kassel-Würzburg haben. Kann ich verstehen. Wäre bei mir vielleicht so oder so ähnlich. Da kann man nämlich dann sich das German Starter Pack kaufen. Da ist nämlich dann, da hat man dann nämlich das Spiel TXV 3 und als einzige Strecke, die man dann eben hat, hat man die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg mit ICE 1 und Co. Und das kostet dann auch nur 35,99 Euro. Also es ist halt deutlich günstiger, es ist halt eben auch nur eine Strecke mit dabei, nämlich Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Die anderen beiden Strecken sind nicht mit dabei, aber wenn die einen sowieso nicht interessieren, dann muss man auch nicht dafür zahlen. Genau das gleiche mit dem US-Starter Pack, da hat man dann eben nur die Strecke Cajon Pass und beim UK-Starter Pack hat man nur South East and High Speed. Was es auch noch gibt, ist das Spirit of Steam Starter Pack für 35,99 Euro. Da kriegt man dann praktisch nur Spirit of Steam als neue Strecke. Und von diesen dreien nichts. Also weder South East and High Speed noch Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg noch Cajon Pass, sondern eben nur Spirit of Steam, wenn es halt einen interessiert. Ich glaube, das wird jetzt auf eher weniger hier ZuschauerInnen bei diesem Kanal zutreffen. Ich denke mal, die meisten werden sich vor allen Dingen hierfür interessieren, für das German Starter Pack. Und nochmal, alle DLCs, die man vorher besaß, die kann man auch im TSW 3 spielen. Ihr müsst euch, wie gesagt, nichts neu kaufen. Alles wird übertragen. Alles ist dann im TSW 3 ab dem Release des vollen Spiels, also nach dem Early Access, vorhanden. Also nicht wundern diejenigen, die sich den Early Access dann praktisch kaufen. Da werden erstmal noch nicht zu dem Zeitpunkt die anderen Strecken mit dabei sein. Also die aus TSW 2, die werden noch nicht zu dem Zeitpunkt spielbar sein, sondern erst, wenn der Early Access beendet ist, also vier Tage später am 6. Am 9., ne, am 6., ne? Ihr wisst schon. Und da ist es dann so, dass dann die ganzen Strecken vorhanden sein werden. Was vielleicht auch ganz interessant ist, mal angenommen, ihr kauft euch das German Starter Pack mit der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Und ihr besaßt aber schon im TSW 2 die Strecke South Eastern High Speed, London, Ashford und Feversham. Dann ist es so, bei der Strecke ist jetzt die Neuerung, dass da praktisch ein neuer Streckenast mit dazu gekommen ist. Und obwohl ihr nur die Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg im German Starter Pack gekauft habt, bekommt ihr trotzdem automatisch hier bei der UK-Strecke diese Verlängerung mit dazu für South Eastern High Speed. Also das ist vielleicht auch gar nicht mal so irrelevant, das zu wissen. Also sprich, egal welches Bundle man sich kauft, man bekommt immer zusätzlich noch die Streckenerweiterung für South Eastern High Speed, wenn man die Strecke vorher auch schon besaß. Das ist halt die Voraussetzung. Bei Spirit of Steam ist übrigens der Unterschied, da gibt es die Strecke an sich, hat sich nicht verändert, aber das Belichtungssystem ist halt eben jetzt das von TSW 3, die volumetrischen Wolken und alles. Also die Strecke ist praktisch TSW 3-esk jetzt umgewandelt worden. Das ist ja bei den TSW 2 Strecken nicht so. Das ist das Einzige, was sich ändern wird, ist der dynamische Himmel, das dynamische Wetter. Das wird bei allen TSW 3 DLCs, beziehungsweise bei allen DLCs, die man im TSW 3 spielen kann, wird das dynamische Wetter dabei sein, aber ansonsten wird sich da nichts ändern. Aber bei Spirit of Steam hier ändert sich das zum Beispiel trotzdem. So, ich hoffe, dass ich damit die einen oder anderen Fragen beantworten konnte und eventuell den einen oder anderen auch dafür bewahrt habe, vielleicht viel zu viel Geld auszugeben für irgendwelche Strecken, die man gar nicht haben möchte. Also guckt euch das Ganze an. Ich gehe mal davon aus, die meisten werden sich hier für das German Startup Pack interessieren. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr guter Preis, ehrlich gesagt. Ein komplett neues Spiel. Also TSW 3 als neue Basis, das Trainingscenter, die Schnellverstrecke Kassel-Würzburg und wenn man es vorher besaßt, die Extension für London, Ashford & Feversham für 35,99. Ist gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, wer den Pre-Order-Bonus haben möchte und den Early Access, der muss halt eben sich die Deluxe Edition holen oder die Standard Edition. Gut, das war es dann auch so viel soweit von mir. Ich hoffe, dass ich die einen oder anderen Fragen damit beenden, nicht beenden, aber beantworten konnte. Ja, und wenn ihr noch Fragen habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Alles Gute, alles Liebe. Vielen Dank. Vielen Dank.